Hallo und willkommen zur 21. Folge von Beat&Dive. Diesmal waren wir in Blittersdorf. Wir sind dort einmal nach links und einmal nach rechts in relativ flachen Gewässern getaucht, weil unter 6-7 Metern, wo die Sicht so schlecht, das macht ja keinen Sinn mehr. Ich habe ein paar schöne Aufnahmen glaube ich von den dort hinterlegten Spots gemacht, aber das werdet ihr ja gleich sehen. Eine Besonderheit an dieser Folge ist, dass am Schluss noch mal eine Vorschau kommt zu dem nächstgeplanten Video Tauchgang. Und zwar waren wir nämlich letztes Wochenende am Bodensee und zwar der Tauchspot nennt sich Post bzw. Parkhauspost. Der eine oder andere wird es kennen. Nicht ganz einfach, das Gewässer. Dementsprechend habe ich mich komplett auf den Tauchgang konzentriert und habe nur die Kamera umgehängt. Dennoch sind da ein, zwei Aufnahmen, die ungefähr zeigen, wie genial das da unten gewesen ist. Deswegen wurde auch sofort beschlossen, in zwei Wochen fahren wir wieder hin. Jetzt weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt und ich hoffe, dass ich dann auch wesentlich bessere Aufnahmen machen kann. Aber ihr werdet das ja sehen. Gut, ein Abo und ihr verpasst auch nicht die Bodensee-Folge, die als nächstes kommt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß mit Plittersdorf. Bis denn, tschüss! Bis denn, tschüss! Bis denn, tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.